Yo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Bad Wars Heute mit Michi Hi Servus Also ist es einfach Servus da? Ja Weissbar Irgendwie... ja Irgendwie verplant Spielen wir uns auf dem Ravenshead selber Wie immer Heute ohne Tom Ja Bauchst du das Bett ein? Ok mach Michi? Was ich? Was machst du? Ja ich baue das Bett ein hab ich gesagt Ok Ok Komm schon Ja Nice Sollte unser Bett ist eingebaut? Ja Kannst du auch nehmen wir dir gehen wenn du willst Oh EQ mach ich mir noch schnell Was brauchst du dann kann ich dir was bringen? Ne Also Brustpanzer wollte aber kann mich selber bauen Also Brustpanzer habe ich jetzt auch schon Boah Swim Boah Swim Boah Swim So komm Oh shit Hier und Boah Oh shit Alter Lila Ich versuch mal Angriff Lila Ok ich versuch mal Angriff ok Ja Ich hab Lila zwei Boahs Ich hab Lila Ich hab Lila Ja sag halt dass du nicht komplett überg... Ja toll Na den zwei Boahs Oh shit ja ich gehe doch noch mal einen versuch der darf kein gold bekommen am besten habe ihn ich habe kein schwert ist mein problem oder welches team sind wir noch mal grüner nein 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 lila krieg glaube ich gold müssen müssen fast hin fast hin das heißt dass man so richtig verplant ein jetzt ernsthaft zu zweit auf mich drauf schießen ok 4 gold so ich habe bogen safe da kommen die hohe trocken ich habe neben die er über zu lila habe ich geschossen und getroffen einfach random reingeschossen ach da kommt einer ja bist du denn zu sie mir ich habe auch gold noch mal drei er hat das geworden du hast du nein 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 einer mit einem rückstoßstab hat mich runter geschossen das könnte ausflippen ich bin immer noch in der mitte und er ändert sich in zwei gold sagst du sie die mitte alter was soll denn die scheiße ja okay kannst du bau kaufen ne warte mach oder witzig für lila umbild ausschalten ach irgendwie auch ach was nein wir haben uns wir haben uns selber getötet so gesagt haupte will er runter von hast du ihn? ja hab ich ja hast du schon Bau gekauft? aber was hat ihn dann keine ahnung oder welches team sind wir grüner wieso laufe ich eigentlich zum am weitesten weg ist shop so jetzt hole ich mir auch mal pickaxe ok safe bis dann in der ender gestern wieder für gold ich weiß ich verkaufen machen du willst die vier haben wir noch über wieder vier in der Da kommt einer zu uns. Wo? Hab ihn. Ah, du bist so nett, oder? Ja. Aber ich hatte nichts wichtiges. Da kommt er das Wohl. Ist mir egal, aber hier brauchst du ein Modell. Okay. Ich kann jetzt auch mal in den Co. Wo ist dieser? Was für einen Bogen soll ich mir holen? Ich hole mir einen normalen Bogen. glaubt man kann auf unsere denken zugreifen ich hatte die aufnahme an alter wieso was passiert werden denn nach oben geschossen die german alter hat einfach nach oben geschossen getroffen ja ernsthaft bin ich einfach runter gelatscht weil da kein weg ist irgendeinen weg abgebaut ich wollte in die mitte laufe meiner baut wieder eine weg ab und dieser blöde pink alter lila ich kaufe normal wo getroffen alter ziehst der rein in der aufnahme auf jeden fall ja und lasst für diesen move 10.000 daumen hoch da das war ich aber den weg hin da ist doch jemand oder das war ich aber den weg hin da ist doch jemand oder ich habe sechs gold gut so jetzt komme ich auch noch mal kurz angriff da ist er noch mal für gold für julian Achtung oh mein gott ich habe ihn zweimal getroffen aber das wird jetzt gut eingebaut ist das auch voll man ich habe kein schwert halt ich glaube habe ihn nein 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 neinaaa er war ein sauberter weg abgebaut und ich hab es nicht gesehen und will einfach drüber gesammt und hab es jeweils überlebt Versuch jetzt was Warte mal kurz, ich tu meinen Bogen und so da rein und ich mach jetzt fast angriffiger Ich versuch, ich fleiß zu denen Also halt mit dem Bug Ach, nur, der kommt wieder Oh mein Gott Den werde ich nicht bekommen Oder? Ich hab nen Bau Nein, 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 nein Nein, ich bin tot Hör wir zusammen Ja Ja Was Nein Ja, Bill Leberkets Ansonsten schreit der Leberkets Ansonsten schreit der Leberkets für deine Mutter Nein Lass drauf gehen, Michi Weißt du, äh, wir sollen sterben oder, oder sie töten? Beides versuchen Okay Nein, 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 oh snap Ich hab mich glaub bei rot Oh snap, oh snap, oh snap, oh snap, oh snap, oh snap, oh snap Oh, da ist ein Oh, ich muss snacken, ich muss essen, ich muss essen Alles klar Okay, ich bin der Clip Soll ich nach Hause kommen? Also unser Bett ist weg, hast du gesagt Ja Soll ich nach Hause kommen? Mach Warte Wirst du bei uns sein? Ja Nice Der Bett ist auch weg Nice Und wie läuft das? Haben wir noch zwei Gold? Ähm, alles bestimmt auch hier drin Ja, äh, 16 sogar 16 sogar Es reicht für zwei Eisenschwerter Wir machen das jetzt anders Warte Ich geb dir jetzt was, okay? Kennst du den Pack zum Fliegen? Nee, aber kannst du mir ja erklären Okay Du musst es jetzt Also das ist hier, er teleportet Damit kannst du nach Hause gehen, ne? Ja So Und du legst ein Teleporter und den Fallschirm links Also nebeneinander, okay? Ja Und wir fliegen jetzt, weil wenn du ein Teleporter drückst, fliegst du hoch, ne? Ja Und bevor du wieder nach unten zu deiner Base gefordert wirst, machst du den Fallschirm, ne? Aber nicht zu spät, weil sonst wirst du nach Hause gefordert, okay? Und dann kannst du einfach rüber segeln Und den Fallschirm zünden, ne? Ich flieg zu Lila Ich flieg zu Lila Nein, ich hab diesen Pack, dass ich langsam bin Oh nein, ich glaub, ich hab's fast eingesetzt Echt? Willst du bei uns sein? Ne, warte, ich schaff's, glaub ich, auf ihre Brücke Ja, ja, mach das Nice Hast du noch einen Fallschirm? Oh Mann, wir haben ja keins Ja, ja, das war nicht bewusst Aber Wie viel kostet ein Fallschirm? Äh, 10 Eisen Äh, ne, 2 Gold Mist, aber ich hab keinen Fallschirm mehr Ja, ja Wir brauchen noch Goldschirm Tot Was? Mann Komm Oh, das musst du jetzt alleine reißen Ich hab keinen Bau Ich hab keinen Bau Das ist mein Problem Da bau dich hoch, bau dich hoch Warum heißt der Carsten Alfkar? Keine Ahnung Achtung, da kommt, da kommt Der bezieht mit dem Bogen auf die Schuhe Oh mein Gott, der Bau Da haben die Bau Achtung, der andere Bau ist voll den guten Bau Der ist voll den guten Bau Ja, Carsten Alfkar, da bist du Alfk Fuck Scheiße Jo Leute Man kann nicht immer gewinnen GG auf jeden Fall Ja Bis zum nächsten Mal Lasst ein Like da Und Ciao